Herzlich willkommen auf LH Cyber Security und schön, dass du dabei bist. Wir schauen uns heute den Wi-Fi Pi in Apple Mark 7 an und zwar in Action. Also es geht richtig zur Sache, wir schauen uns die Angriffsmöglichkeiten an. Genauer gesagt, wir schauen uns an den Fake Access Point oder Evil Twin und dann schauen wir uns noch das Evil Portal an, um eben, ja, Daten abzufangen. Also wenn dich das interessiert, dann bleib dran und bis gleich. Okay, dann starten wir mal. Wir haben jetzt hier unsere Dashboard, kennt ihr ja vom letzten Video. Wenn ihr es nicht kennt, schaut euch das Interface Video an und auch das Unboxing, falls ihr euch das interessiert. Hier kennt ihr euch ja aus und heute schauen wir uns ja die Angriffe an. Also müssen wir natürlich erstmal schauen, was wir angreifen. Deswegen machen wir hier auf Wecon and Sense, klicken wir hier drauf und dann auf Start und schauen, was in unserer Umgebung ist. Es dauert kurz und ja, wir sehen hier unsere ersten Wi-Fis werden angezeigt. Das sind jetzt die eigenen, Free Wi-Fi und Fritz. Und ja, wir sehen hier auch Out-of-Range Klienten und von AVM. Und jetzt haben wir auch andere Ziele. Gut, dieser Routy3, das ist jetzt mein Router. Den gibt es zweimal, einmal als 5 GHz und einmal als 2,4 GHz. Wir greifen heute meinen eigenen Router an, deswegen ist das auch erlaubt. Also bitte macht es nicht nach oder an eurem eigenen Router, wenn dann nur. Und ja, deswegen greifen wir Routy3 an. Und was machen wir dafür? Wir tun ihn erstmal klonen. Dafür klicken wir hier auf den Router drauf und sagen, Add SSID to Pineapple Pool. Pineapple AP Pool. Da klicken wir drauf und das war es hier schon. Dann, unser Ziel ist es eben dieses WLAN zu klonen. Und jetzt haben wir hier bei dem Access Point Reiter den Routy3 drin. Genau, den könnten wir hier auch manuell eingeben, aber so geht es halt wesentlich leichter. Dann klicken wir auf Active, weil wir wollen den ja klonen sozusagen oder so tun, als wären wir das. Also der WiFi Pineapple wäre der Routy3. Und dafür gehen wir auf die Active Seite und klicken auf Save. Dann tut er eben den Routy3 klonen und andere Geräte denken jetzt, gut, es gibt einen Routy3 mit offenem Netzwerk und vielleicht bessere WLAN Stärke, verbinde ich mich lieber zu dem mit dem besseren WLAN. Genau, dann schauen wir noch mal, ob das Ganze geklappt hat. Ja, wir sehen jetzt hier sind auch schon wesentlich mehr. Wir machen jetzt hier noch mal den Scan und jetzt müsste theoretisch ein Routy3 offen auftauchen. Genau, und wir haben es hier auch schon. Ich mache mal größer. Ja, hier ist Routy3 offen. Genau. Auch derselbe Channel, also fällt kaum auf. Und ja, jetzt müssen wir eigentlich nur noch warten, bis ein Gerät in unsere Falle tappt. So. Genau. Hier wurde jetzt noch eins gecrawled. Aber um das kümmern wir uns jetzt nicht. Und wir tun jetzt einfach mal so, als würden wir in die Falle tappen. Wir sind jetzt das Opfer, also in diesem Fall, und verbinden uns mit dem offenen Routy3 WLAN. Wo ist es jetzt hin? Geil. Ja, Windows hat manchmal ein bisschen Probleme mit den WLAN-Anzeigen. Da ist es. Genau. Jetzt verbinden wir uns mit dem offenen. Und jetzt sehen wir hier am Dashboard, hier, es hat sich ein Klient connected. Gut. Gut. Dann können wir jetzt hier einstellen. Evil Portal. Das müssen wir erstmal installieren. Hier im Management Bereich. Habe ich jetzt schon gemacht. Dann können wir hier drauf gehen. Und jetzt können wir unseren Server starten. Und wir aktivieren jetzt noch eine Payload. Und somit können wir eben dem Klienten, also der sich auf unsere Wi-Fi Pine App verbunden hat, eine Fake-Seite schicken. Zum Beispiel, dass er sich eine Wi-Fi App runterladen soll. Und in dieser App ist halt dann ein Virus. Hier steht auch eine Warning-Meldung, dass man das eben nicht machen soll, weil es eine Phishing-Seite ist. Aber das könnten wir auch rausprogrammieren. Genau. Dann schauen wir mal, ob das Ganze schon funktioniert. Wir gehen jetzt hier auf irgendeine Seite. Und sehen, es funktioniert gar nichts. Wir müssen uns jetzt hier trennen. Von dem erstmal. Und das mache ich jetzt schnell. Netzwerkadapter ändern. Und wir sehen hier, wo ist er. Hier, den deaktivieren wir. Gut. Jetzt gehen wir nur noch über das Rooty 3 WLAN, das offen ist. Und ja, natürlich müssen wir auch noch den Evil Twin starten. Klar. Und jetzt gehen wir auf irgendeine Webseite. Und wir sehen hier, zack, wir sind auf dieser Webseite. Hier können wir jetzt unsere Telefonnummer eingeben. Test zum Beispiel. Klicken auf Next. Dann sagt er uns auch wieder, ja, so ungefähr, du Idiot, warum loggst du dich ein? Das ist eine Phishing-Seite. Und ja, hier können wir dann eben bei Preview-Log sehen. Ja, hier Telefonnummer ist Test. Wurde zweimal gesendet. Und wir sehen die IP und MAC-Adresse. Also hier haben wir jetzt gerade den Attackierten simuliert. Also wir sind gerade selber in die eigene Falle getappt, falls das jetzt gerade nicht verständlich war. Dann haben wir jetzt hier den Evil Portal durchgeführt. Also wir sehen ja hier nochmal die Logs. Und ich finde, das ist ein ziemlich mieser Angriff. Wir können hier einfach das Opfer auf irgendeine Seite von uns leiten, wenn sie in unserem offenen WLAN drin sind. Und eben zum Beispiel Facebook-Logins oder irgendwas eben abfangen. Genau, jetzt nochmal zum Schluss. Verwendet das nur für Pen-Tests, wo ihr die Erlaubnis habt. Und bitte nicht an irgendwelchen unschuldigen Opfern machen. Das liegt mir echt am Herzen, dass ihr mit dem Wissen, was ich euch zeige, halt keinen Ärger macht. Um euch auch selbst zu schützen natürlich auch. Aber eben halt, um auch die anderen nicht zu stören. Genau. Ja, jetzt habt ihr den Wi-Fi Pine Apple in Action gesehen. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es dir gefallen hat, gib ein Like, lass einen Abdeuer, schreib mir einen Kommentar. Die letzten Kommentare waren echt cool. Ich hoffe, da gibt es wieder solche lustigen oder guten. Und ja, dann wünsche ich dir noch Happy Hacking. Einen wunderschönen Tag. Und bis zum nächsten Video. Peace. Bis zum nächsten Mal.